so und so noch mal noch ein bisschen weiter ok ja tatsache so Wie soll man denn hier unten hinkommen? Achso, dann muss man wieder hier runterfallen gleich, ne? Oh, scheiße. Der Schwan ist so clever. So, warte kurz. Wie war das noch gleich? Das war eigentlich auch total einfach. Aber man muss hier runterfallen. Ah ja. Ich weiß weh, ich weiß weh. Du musst, äh... Oh, na, scheiße. Ich glaube langsam, ihr wollt die Menschen gar nicht retten. Also. Wir müssen... Jetzt war der Portal dahin. Und dahin. Komm mal. Ja, genau, dahin. So, jetzt musst du da unten dein Portal hinsetzen, hier. Oh. Oh. Ja, super, toll. Muss nochmal zurück. Ah, geht nicht, ne? Ne, da musst du dein Portal hinsetzen. Wohin? Da hin. Wo bist denn du? Ne, geh mal zurück, auf die andere Seite. Geht ja nicht. Dann fahr ich auch runter. Wow. Wo kann ich denn jetzt hier? Na danke. Jetzt bin ich... Jetzt bin ich gefangen. Aber warte. Ich komm zurück, warte, warte. Ah, warte. Ich kann nicht zurück. Ah, noch kann ich mal. Ich bin hier. Tschüss, guck mal, wie unendlich das hier ist. Also nochmal. Du musst... So, da. Ah, okay. Es ist halt, wenn ich jetzt hier reinfalle. Ist das dumm. Ja, setz mal... Ja, ja, mein Gott. Wo war das nochmal hier? Da unten. Komm schon zurück, oder was? Ich komm schon zurück. Ich bin schon da. Ja, da war das doch die Kammer, die ich meinte mit dem kaputten Ding. Das hier? Ja, obwohl das eigentlich nicht so... Oh nein. Das hier ist, glaube ich... Ja. Ah, wo es voll viele Testskammern gibt, ne? Was? Wo es so voll viele verschiedene Kammern gibt. Ja, und das ist was hier, wo man... Wo wir immer versucht haben, da irgendwie so schnell zu laufen, dass man da irgendwo hochkommt und... Oh Gott. Also wenn wir das jetzt innerhalb von 10 Minuten schaffen, bin ich echt stolz. Wo muss man nochmal gegenlaufen? Hier gegen die... Ja, das ist nämlich ein endliches Kreislauf jetzt. Und vorhin musste man nochmal? Da hoch. Das heißt, du musst gleich der Portal da einsetzen. Ja, stimmt. Genau. Ah, oh nein. Ah, das... Der ist scheiß. Ja, ich muss mal da oben... Genau, da muss jetzt nämlich, äh... Hier, das... Bleib du mal oben, bleib du mal oben. Das dunkelblaue hier unten hin. Ja, ich hab den Würfel. Ich frage, ob der oben bleiben muss, oder? Der muss oben bleiben. Der muss oben bleiben. Der muss nicht runter, der muss nicht runter. Drück auf den Knopf, drück auf den Knopf. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich bin drüben. Ah, ja, genau. Das war das. Das war das, da muss man schnell rüberlaufen. Warte, du komm mal auf den Knopf. Da geht's nirgendwo hin. Oh, doch, scheiße. Da kann man da hin. Ach, du scheiße. Komm mal hoch. Ich muss das dunkelblaue setzen, ne? Nee, ich kann aber durch das gelbe hier gehen. Hier. Okay. Und jetzt hier, guck mal, jetzt kannst du... Oh, aber ich den Würfel jetzt. Was war das denn? Okay. Muss den Würfel mitnehmen? Ja, ne? Und zwar musst du den Würfel nämlich da hinsetzen, weil der Würfel rot ist, wird er dann runterrutschen. Und da war es noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ich sag, du sag Bescheid, wenn du startest. Ja. Oh, scheiße. Fuck. Wo ist der Würfel jetzt? Äh. Hoffentlich noch hier unten. Okay, warte, warte. Ah, ne, hier fällt er runter. Er fällt dir runter. Jetzt das gelbe da hin, das rote da hin. Nein! Ah! Oh! Das war knapp. Hast du eigentlich noch die Partner-Persitive aktiviert? Ja, hab ich. Okay. Wir müssen noch mal da hin. Und da hin. Mach mal den Knopf drücken. Drück einfach noch mal auf den Würfel. Hab ich schon. Ah, dann muss erst mal rotig werden, ne? Vielleicht muss ich den Würfel auch einfach festhalten. Was, was ich meine? Ja, das ist schon richtig. Ich bin schon rübergekommen, aber wir müssen das zu zweit machen. Wie zu zweit? Ja, das sind zwei Hebe, die man wieder drücken muss. Ach so. Komm rein. Oh. Geh einfach da durch. So. Jetzt müssen wir nämlich... Oh. Ach, scheiße. Ich muss wieder hoch. So, jetzt müssen wir... Ist jetzt der dunkelblaue hier? Ja, das ist der blaue, ist er schon hier. Na? So. Wenn du das mal aber... Warte, warte, wenn du das machst, musst du... Sofort loslaufen. Ähm. Kann ich da oben ein Portal hinsetzen? Nein, wow. Wow, ist einfach alle fast vergrutscht. Das rote muss da hinsetzen. Okay, wo bist du jetzt denn? Wo müssen wir denn auch langlaufen? Hier, direkt. Warte, das ist gerade übelst verwirrt. Warte. Also. Ist okay, ist okay, ist okay. Okay, lass den Würfel ist... So, der Würfel... Stell dich schon mal so hin, dass du loslaufen kannst. Ja. Okay, warte, aber. Wir müssen zusammen loslaufen, müssen zusammen loslaufen. Komm an den letzten Mal... Komm, komm hierhin, komm hierhin. Wohin? Äh, der rutscht noch nicht. Nein, 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 muss auch noch nicht. Ich muss auch noch nicht, komm, erst mal mit. So, jetzt sind wir hier. Und der... Wir müssen... Siehst du da hinten, die beiden Hebel. Ja, da müsste ich... Da müsste man beide drücken. Ja, ich laufe zum rechten, zum linken. Das heißt... Hast du gehört? Du zum linken. Ja, zum linken gehe ich. Gut, dann mache ich jetzt... Aktiviere ich jetzt den Würfel. Dann kommst du sofort am laufen. Okay. Hat sie geklappt. Was? Hat sie geklappt. Hat es? Ja. Wie du siehst. Oh, ja. So, jetzt müssen wir noch am Ende des Blauerkrieges werden. Wie auch immer das gemacht wird. Wo waren wir? Wir müssen jetzt da rein hin, ne? Was? Da kann man auch rein? Wir müssen jetzt hier rüber. Ja, eindeutig. Ach, du scheiße. Ja, klar. Warte. Du musst erst mal mal rüberkommen. Ich erinnere mich an was. Ja, ja, warte. Du musst, äh... Das ist erst mal unwichtig. Ich muss erst mal da rüber. So. Oh, fuck. Ja. So viel dazu. Wie war das nochmal? Also, ich bin drüben. Hast du geschafft? Ja. Ja, warte. Dann warte kurz auf mich. Wenn du drüben bist. Jetzt bist du hier. Guck mal, wo du bist. Ja, da sind noch die ganzen Ding Viecher. Die muss ich jetzt kaputt machen, indem ich... Die kann ich auch kaputt machen, aber nicht. Kannst du die kaputt machen? Versuch es. Ja, die kann ich kaputt machen. Ne, kann ich nicht. Doch, kann ich. Doch. Warum ist das alles voller Farbe bei dir auf einmal? Hä? Was ist denn jetzt? Was ist da passiert? Komisch. Ist auch egal, weil es ist irgendein Bug. Komisch. Jetzt musst du auf jeden Fall... Was muss ich das überhaupt machen? Guck auf den Knopf bei dir. Ah, ich fange bei dir aus da hin. Und... Soll ich auf den Knopf? Warte kurz. Guck auf den Knopf. Warte, 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 warte. Geh doch mal kurz bei dir auf den Knopf. Was bewirkt das? Ja. Ah, jetzt muss ich hier. Ah, jetzt muss ich hier. Warte. Jetzt geht noch Fallschirm. Ich muss... Ah, 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 ah. Äh. Was ist das? Wofür ist das denn jetzt da? So, 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 so. Das ist schon mal falsch. Du musst, äh... Hä? Wo ich jetzt bin? Hä, hängst du denn in Lüft oder was? Nee, ich bin auf dem Gländer. Hä? Wie hast du das denn geschafft? Wegen diesen Bug. Okay, Leute, also das ist wirklich jetzt ziemlich merkwürdig. Also ich konnte zu diesen Roboter nicht hin. Ich glaube, da sollte man eigentlich nicht hinkommen können eigentlich. Ich bin davon aus. Ich konnte erst nicht zu denen hin. Dann habe ich einen Schritt auf die Züge gemacht. Dann sind die ja durch die Gegend geflogen, weil da die blaue Farbe war. Also irgendwas stimmt da nicht so ganz. Weil da habe ich eigentlich gerade keine Ahnung, wie wir jetzt die gerade weitermachen sollen. Die ganzen, glaube ich, jetzt Lohnschlifte machen mich gerade in die Kirre. Also ich, ähm... Probier mal kurz was aus. Ah, nee. Ja, schieß mal das Portal, dein rotes Portal da drauf. Jetzt hast du das Fallschlifte. Jetzt muss das Gelbe da wieder rein. So, jetzt kann ich nämlich hier oben Farbe reinfallen lassen. Hä, hast du das jetzt weggenommen? Achso, ich bin heruntergegangen. Das ist das Rote, das Gelbe muss nochmal da hin. Lässt es jetzt irgendwie umkehren? Was ist denn bei dir der Schalter da? Ja, er dreht einfach nur das Ding um. Mach mal. Stell dich mal drauf. Jetzt ist die Frage... Ah, 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 ich weiß wie. Schnell draufdrücken. Schnell das hellblaue da hin. Ah, jetzt habe ich einen Endloskreislauf gemacht. Guck mal, meine Perspektive. Ja. Weißt du das? Ja. Total Bescheid. Kannst du da hin, Portal, setzen? Wohin? Nein. Wohin nochmal? Ich sehe nichts. Ich kann nicht durch dieses Ding hier durchschießen. Ich muss es irgendwie schaffen, dir... ...dieses Zeug zu schicken, aber ich habe keine Ahnung wie. Ah, ich glaube, ich weiß wie. Komm du mal hier runter. Ah, komm mal zu mir. Oh, da kommt eine Plattform drauf. Aber wie? Geh mal in den... Kannst du nicht da zu den... ...ding jetzt hin? Ich bin tot. Ja. Scheiße. 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 Ich habe gerade echt keinen Plan, wie das laufen soll. Ich kann ja nirgendwo im Portal hinsitzen, ne? Wo du ihn nicht aufkannst. Ich komme mir jetzt richtig blöd vor. Aber ich habe eine Idee. Komm mal zu mir zurück. Na, warte. Ich versuch's mal. Ich versuch's mal.